Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast und damit, Justin, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört, wo auch immer ihr uns hört. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Justin, ich hoffe, du hattest auch ein schönes freies Wochenende. Und damit begrüße ich euch alle ganz recht herzlich zu einer neuen Folge. Ich dachte, als du meintest, also erstmal moin moin Leute, ich dachte, als du meintest, ich hoffe, dann dachte ich, ich hoffe natürlich mit fünf Sternen bewertet, wo auch immer ihr uns hört. Das natürlich auch. Natürlich hoffe ich auch, dass ihr ein schönes Wochenende gehabt habt, aber natürlich nur mit bewerteten fünf Sternen auf Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade zulauscht. Ja, was gibt es eigentlich zu erzählen? Nicht viel. Was ich gemerkt habe, Lukas, ist, so gut die Medifacts auch ankommen. Die sind ja wirklich, also die kommen ja bei euch wirklich, die kommen ja wirklich sehr, sehr gut an. Einen YouTube-Titel dürfen wir damit nicht verändern. Nee, das habe ich auch gemerkt. Da habe ich gedacht, komm, wir probieren mal was aus und dann funktioniert nicht. Man muss ja auch mal scheitern. Vielleicht, ich habe schon überlegt, eigentlich müssten wir das Video nochmal umbenennen, ein neues Thumbnail reinmachen. Vielleicht gucken dann da doch nochmal ein paar mehr Leute. Aber umso mehr Leute hören uns gerade über Podcasts. Also Leute, ihr seid am Durchdrehen. Danke dafür. An der Stelle, ich habe keinen Bock da jetzt groß, ich meine, ein paar neue Leute direkt wieder Werbung reinklatschen. Nein, schaut euch einfach mal um. Bei uns auf der Website küchenmedizin.de, Küche mit UE. Da gibt es alles. Es gibt Merch, es gibt eine Partner-Sektion. Da könnt ihr alles sehen, ob es jetzt Poster sind von Animus Medicus, ob es jetzt ein geiler Lernrabatt ist bei Meditricks zum Lernen. Wir haben da eine ganze Menge. Und darüber hinaus übrigens auch ein ziemlich gutes Podcast-Archiv. Ich sehe, wir kriegen immer alle drei, vier Wochen, schaue ich mal kurz in unsere Insta-DMs rein. Das macht ja meistens ein ZL Lukas. Und ich sehe immer mal wieder vereinzelt Fragen zu gewissen Themen. Ihr könnt da nachgucken. Ich habe das da mehr oder weniger. Ich muss die letzten Folgen wieder aktualisieren. Aber ansonsten eigentlich ziemlich gut aufgedröselt in irgendwelche Random-Folgen mit irgendwelchen Gedanken, die wir haben, die aber auch mal wirklich in Richtung Deep Talk oder so gehen. Aber eben auch reines Medizinstudium, Bewerbungsgeschichten-Ding bis hin zu, ihr seid schon im Studium, was sind die besten Tipps für das erste Semester. Da haben wir alles. Fein, säuber, Lichter, Aufklamyser. Könnt ihr euch da gerne nochmal zu Genüge führen. Ja, auf jeden Fall. Ist gerade das erste Survival-Kit, habe ich letztens nochmal jemandem ans Herz gelegt. Das sind ja zehn Folgen, wo es wirklich komplett nur so für erstes ist es halt, wie der Name schon sagt, erstes Survival-Kit. Hört da rein und dann sollten eigentlich keine Fragen mehr offen bleiben, was ihr vor dem Studium machen könnt, was ihr während der ersten Wochen, was da wichtig ist für euch. So, da ist eigentlich alles in den zehn Folgen. Das sind knapp zehn Stunden bei uns, so viel, wie wir immer labern. Deswegen, da ist schon ein bisschen was bei rumgekommen, worüber wir da gekratscht haben. Da ist ein bisschen was bei rumgekommen. Und heute dann dementsprechend, ihr kriegt von Lukas dann natürlich gleich den Medifact, ne? Für die Leute, die es nicht wissen, was das ist. Wir haben ja jetzt ein paar Folgen dazu gemacht, ein paar neue Leute sind dazugekommen. Lukas und ich stellen uns zumindest in den letzten Wochen und wir halten das momentan so ganz gut bei. Am Anfang jeder Folge immer irgendwas vor, was uns irgendwie fasziniert hat. Das kann eine Studie sein, das kann irgendwas sein, was man in der Zeitung gelesen hat. Also Zeitung, aber ihr wisst schon, wie ich meine. Halt irgendwie in den neuartigen Medien gelesen hat oder sonstig gehört hat, auf einer Familienfeier oder sonst wo. Recherchiert ein bisschen dazu, versucht das ein bisschen spannend zu verpacken und genau. Die andere Sache, die wir natürlich, die wir, finde ich, gleich kurz vorweg besprechen können, ist, wenn wir diese Folge aufnehmen, hat Lukas morgen seinen ersten Tag im praktischen Jahr, im letzten Jahr des Medizinstudiums. Da, finde ich, können wir gleich kurz ein bisschen drauf eingehen. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit bleibt, dann reden wir noch ein bisschen über Notaufnahme. Wir haben ja letzte Woche schon sehr viel über mich gesprochen, deswegen können wir eigentlich da auch ein bisschen, würde ich das bei mir dann entweder kurz halten oder wir können auch mehr zu dir rüber gehen. Ja, gucken wir mal. Dann wird es nochmal akut. Dann wird es nochmal akut. Ich habe letztens übrigens gesehen, Seven vs. Wild kommt jetzt die nächste Staffel jetzt bald raus. Die ist ja angekündigt worden. Die ist ja jetzt zu zweit. Könntest du dir erst vorstellen, dass wir das zu zweit machen? Also wir machen es natürlich nicht. Ist klar, wir bewerben uns ja nicht. Aber glaubst du, das würde funktionieren? Ich habe mir das letztens überlegt, ob es Personen gibt, mit denen ich mir das vorstellen könnte. Und ich sage mal, diesen Faktor, dass man die Zeit so viel aufeinander hockt, das wird bei uns, glaube ich, schon funktionieren, die 14 Tage. Weil das haben wir ja gerade durch Corona und sowas ja schon, das haben wir ja schon geschafft im Grunde. Ich sage es dir ganz ehrlich, Lukas. An der Stelle, ich glaube, wenn nicht du wäre dann, also weißt du, wenn nicht wir wäre dann, würde ich sogar sagen. Okay, krass. In dem Moment. Naja, ich sage mal ganz ehrlich, ich glaube, wir wären halt beide unfähig, was das Survival-Service angeht. Absolut. Wenn ich ganz ehrlich bin zu dir, würde ich es mir trauen, mich trauen, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Weil es sind ja wirklich zwei Wochen, ne? Die Zeit ist verdoppelt, ne? Wir dürfen nur Dinge mitnehmen, die in eine scheiß Literflasche passen. Das kommt ja auch dazu. Du hast keine sieben. Sonst hätte ich gesagt, okay, wenn du irgendwie mehr Sachen mitnehmen darfst, na okay. Aber die Dinge müssen ja in eine Flasche passen. Ja. Das ist schon crazy. Also ich bin ganz ehrlich, dann da irgendwo in Kanada oder wo das sein soll, irgendwo da oben soll das ja sein, also darüber, wenn du dir das überlegst, dann ist das schon heavy, ja? Unnormal, ja, ja, auf jeden Fall. Den psychologischen Faktor dahinter, zu zweit, ich glaube, da haben wir beide das gleiche Mindset. Also ich glaube, wir hätten nicht das Problem, dass wir, also ich glaube, das wäre das, sagen wir mal, ich würde nicht sagen, wir hätten das Problem nicht, aber das wäre das kleinere Problem, zu sagen, ey, wir wollen nicht mehr. Ich glaube, wenn der eine einen Durchhänger hat, dann wären wir schon in so einer Situation und doch, wir sind eigentlich beide zu verbissen für solche Wettbewerbsdenken. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Also ich glaube, wir würden nicht rausfliegen, weil wir sagen, ich kann nicht mehr. Genau. Also außer halt, weiß ich nicht, man stirbt fast vor Hunger oder so. Genau, weil man einfach sagt, wenn wir jetzt nicht gehen, dann wird es zu gefährlich. Dann möchte ich dann doch nochmal das ein oder andere, das ein oder andere Erlebnis in meinem Leben auch mitnehmen. Ja, dann schon, aber sonst. Ja, ich hatte das letztes nur, ich habe das gar nicht, ich verfolge das gar nicht wirklich, aber ich habe das dann doch irgendwie so, klar, man kommt ja nicht drum rum, habe es irgendwie gesehen und da habe ich mir das so gefragt, okay, könnte ich mir das, würde das funktionieren bei uns beiden? So die Wildcard, so, ich meine, wir haben es ja jetzt nicht drauf beworben, würden wir auch nicht. Und ich glaube, in die Kategorien, ich habe mich da jetzt nicht ganz mit auseinandergesetzt, würden wir auch gar nicht reinpassen. Die Wildcard wird auch außerdem zusammengesetzt. Ich bin natürlich ganz gut informiert. Also aus einem, genau, die Wildcard ist quasi keine Doppelteam-Bewerbung, sondern eins und eins, einer mit einem etwas größeren Social-Media-Kanal und einer mit einem etwas niederen, also kleineren. Will ich jetzt gar nicht so krass drauf eingehen, aber finde ich eigentlich doppelt hart. So, weißt du, du kennst die Person ja gar nicht, so gar nicht. Weißt du, die anderen, die nominiert wurden, die kennen sich ja ein bisschen, die kennen sich ja dann wirklich null. Ja, richtig. Eigentlich finde ich das ja auch doppelt hart. Und dann musst du ja auch noch sagen, für die Leute oder zumindest für eine Person, die nicht so groß auf Social-Media ist, hast du ja immer noch das Ding, dass du dann dieses ganze Mediengedöns mit der Kamera und so ja dann auch noch dazu hast. Also das ist ja auch eine, klar, das ist für die anderen auch eine Ausnahmesituation, aber ich sage mal, hätte ein Montana Black da mitgemacht, der würde das, der wüsste, wie man in der Kamera spricht zumindest. Ja, auf jeden Fall. Will ich gar nicht zu sehr drauf eintauchen. Ich fand das nur irgendwie witzig, weil es halt ja diesmal so ein bisschen so Doppelteam ist. Ja, absolut. Die Vorstellung, ob das funktionieren würde, ob das nicht funktionieren würde, wie gesagt, vom mentalen Aspekt bin ich da nämlich bei dir. Vom, ich sage mal, vom Survival-Skill her weiß ich es nicht. Ich sage anders. Okay, stell mal, wir dürfen nicht zu sehr ausschreifen, was interessiert mich noch. Sagen wir, wir hätten jetzt frei, bis zu dem Zeitpunkt des Drehs. Und wir hätten Fulltime, uns da auch vorzubereiten. Was wäre dann? Du, ich habe da, ich habe natürlich auch mir diese hypothetische Frage natürlich schon durch den Kopf gehen lassen. Ich habe mir auch schon die hypothetische Frage durch den Kopf gehen lassen. Was wäre, wenn man jetzt die Zusage hätte, wir würden da mitmachen? Boah. Ich glaube, ich sage es dir ganz ehrlich, ich glaube, ich würde sagen, jetzt gerade so, ich weiß nicht, ob ich es wirklich tun würde, keine Ahnung, das ist nochmal was anderes, wenn man dann wirklich eine Zusage hätte. Aber ich glaube, ich würde jetzt sagen, fuck it, so eine Chance hast du nie wieder im Leben. Ich mache meinen Pjot noch ein halbes Jahr später und ich bereite mich von jetzt, das ist ja im Grunde die Situation dann, ich bereite mich von jetzt bis dahin jeden Tag darauf vor. Ich suche mir irgendwelche Survival-Trainer, wenn es sowas gibt, keine Ahnung, ich schreibe irgendwelche Leute an, die sich da auskennen und trainiere das. Das würde ich dann, glaube ich, machen. Dann würde ich mich da richtig hart darauf vorbereiten, dann würde ich sagen, ja, weiß nicht, ob ich da jetzt der Typ für bin oder nicht, eigentlich bin ich überhaupt nicht der Camper-Typ. Das reicht mir schon dann in drei Wochen auf dem MediStar, vier Wochen, ach, vier Wochen, sag ich schon, vier Tage in deinem Zelt zu pennen oder drei Tage, das reicht mir eigentlich an Campen. Aber ich würde da in dem Fall, würde ich sagen, komm, die Chance, das kannst du, eigentlich kann man da nicht Nein sagen. Deswegen würde ich dann sagen, komm, fuck it, einfach drauf trainieren und dann läuft das schon irgendwie. Ja, ja, da würde mich mal interessieren, kann man Pjot unterbrechen, geht das überhaupt? Boah, bestimmt, ey, ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Ich sage mal, man müsste wahrscheinlich Trifting-Kanal anrufen, würde ich doch mal nachfragen. Ich wollte gerade sagen, Sam vs. White ist, glaube ich, kein Grund dafür, aber ganz ehrlich, das ist so Once in a Lifetime sowas, ne? Eben, deswegen sage ich, da kann man eigentlich gar nicht Nein sagen. Aber dann, ich denke mir, auf der anderen Seite meinen Pjot nochmal neu machen. Aber das wäre halt auch schon scheiße, ja. Auf der anderen Seite muss man echt sagen, sowas hast du halt nie wieder, ne? Ja. Nie wieder, ach, scheiße, wir verändern uns, wir müssen es weitermachen. Egal, egal, wir dürfen uns nicht zu hart verquatschen. Das sind so Themen für den Livestream eigentlich, weißt du? Das sind so perfekte Themen für den Livestream, da kannst du eine Stunde drüber reden, egal. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann jetzt nochmal ganz kurz, Abriss, Morgenpjot, Stimmungsbild. Ja, Stimmungsbild, gemischte Gefühle, bisschen aufgeregt, also auf jeden Fall sehr aufgeregt. Natürlich schon im Kopf durchgegangen, wann muss ich morgen wo sein, was muss ich mitbringen, was, ja, wann fahre ich hier am besten los? Ja, wahrscheinlich eine Stunde vorher, obwohl ich dann nur eine Viertelstunde hinbrauche eigentlich mit dem Fahrrad. Also alles so durchgemischt, dann keine Ahnung, was auf mich zukommt, wie sind die Leute. Ich stelle mich schon auf Kopfschmerzen die ersten zwei Tage ein, weil ich da ganz genau, also ich weiß einfach, wenn ich in so eine neue Umgebung komme, ne, man ist irgendwie vom Kopf her anders da. Man versucht höflich zu sein, man versucht aufmerksam zu sein, also das versuche ich natürlich die ganze Zeit, aber es ist natürlich dadurch, dass man das ganze Umfeld nicht kennt, irgendwie alles finde ich sehr anstrengend. Ich habe auch keine Ahnung, was morgen auf mich zukommt. Ich weiß nicht, ob es erstmal welche Sicherheitsbelehrungen gibt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele wir sind. Ich war an dem Krankenhaus, war ich letztens, zur betriebsärztlichen Untersuchung immerhin schon mal, das heißt, ich habe es mir schon mal ansehen können. Das heißt, ich weiß, wo ich da hin muss, sonst wäre ich natürlich auch wahrscheinlich heute da auch einfach mal hingefahren, um zu gucken, wo ich überhaupt hin muss. Deswegen alles, alles sehr, sehr, sehr gemischt. Ich hatte erst überlegt, bereite ich mich irgendwie vor, bereite ich mich nicht vor, ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich hatte jetzt einfach, um ehrlich zu sein, keinen Bock und habe mir auch gedacht, ey, wenn da jetzt irgendwas kommt, was ich nicht kann, was ich nicht weiß, dann habe ich immer noch vier Monate Zeit, in denen ich mich immer mal wieder mit Sicherheit auch selbst beschäftigen kann, beschäftigen muss vielleicht auch, wo ich mir Dinge angucken kann, die mir vielleicht erklärt werden. Ich sage mal, diese Unsicherheit, die halt vielleicht da ist, von dem, was kommt da auf mich zu, ist eigentlich immer dem geschuldet, dass ich denke, gut, habe ich so Imposter-Syndrom mäßig, habe ich überhaupt genug Skills dafür, denken die, ich bin Dulli, kann ich zu wenig, weiß ich zu wenig. Das ist so dieses typische Ding. Deswegen sehr durchwachsen, aber auch, ich will ja jetzt nicht zu negativ, soll jetzt nicht negativ rüberkommen, aber halt auch irgendwie ein Stück weit eine Vorfreude mittlerweile. Habe ich dir ja schon Anfang der Woche geschrieben, dass sie sich auch so ein bisschen eingestellt hat. Einfach so, naja, spannender Lebensabschnitt, jetzt irgendwie voll was komplett Neues. Man startet so ein bisschen ins Berufsleben, ohne Geld zu verdienen, aber so vom Arbeitsalltag her schon, ein bisschen ins Berufsleben, wird so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Deswegen ist es natürlich auch ein bisschen aufregend und, naja, wird sich zeigen, was sich dann einfach für Chancen dadurch ergeben. Ja, und ohne auch, ohne das fast zu weit aufmachen zu wollen, ja, jetzt gerade bei dir auch schon irgendwie ein entscheidender Schritt in Richtung Zukunft. Also, da wird sich ja schon einiges zeigen. Wir haben ja jetzt schon auch oft drüber gesprochen, die letzten Jahre waren jetzt nicht immer einfach. Jetzt kommt so ein bisschen dieser Moment, wo man dann schon mal sieht, okay, ja oder nein vielleicht, oder ja oder, ja, aber nicht so. Also, das wird man ja dann alles sehen. Also, gut, aber lass uns da nicht zu weit einstehen, das kann man ja dann nochmal besprechen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du mir morgen erzählst, privat dann in dem Kontext und dann nächste Woche im Podcast, ne? Das ist ja klar. Genau, gebe ich da einen kurzen Abriss, aber ich denke mal auch, dass wir das dann so handhaben werden, wie bei dir so ein bisschen, dass wir immer so alle paar Wochen mal drüber quatschen. Stimmt, vielleicht sogar in der nächsten Zeitung, weil nächste Woche kommt ja die Medi-Folge, ne? Genau, nächste Woche kommt die Medi-Song-Folge. Da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob da so ein Medi-Effekt dann reinpasst. Der kommt da nicht rein, ne, ne, das ist ein abgeschlossenes Konzept, das ist der Eurovision Medi-Contest, da müssen wir, da müssen wir, ist ja mittlerweile europaweit, muss man ja wirklich sagen. Ja, ist wirklich so. Also, es ist ja eine wirkliche Eurovision. Ne, 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 da machen wir das nicht. Ich sag euch ganz ehrlich, ich hab mir noch nicht alle Lieder angehört, aber, Mann, da gibt's schon wieder einen Banger, ne? Da kristallisiert sich was raus, da kristallisiert sich bei mir auch was raus. Junge, 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 okay, komm. Da auf jeden Fall reinhören, ey, das wird eine gute Folge wieder. Das wird eine gute Folge und ich finde, ich könnte mir vorstellen, vielleicht laden wir da auch mal ein, zwei Reactions nochmal hoch, können wir uns die nächste Wochen sehen, könnte man ja auch einfach mal was aufnehmen, ne, kann man mal gucken, vielleicht lädt man nochmal zusätzlich was hoch für die, die dann die gesamte Meinung zu einem Song nochmal interessiert. Vielleicht machen wir das dann von den jeweiligen Top-3en oder so, vielleicht überschneidet sich was. Können wir ja da mal gucken. Gut, jetzt aber dein Medi-Fact. Ja, also erstmal nochmal ganz kurz, ne, wenn ihr Medi-Facts habt oder sowas, schickt uns die auf jeden Fall gerne. Das können aber auch, ihr müsst uns nicht ein Fact direkt schicken, so, ne, sondern ihr könnt uns auch, ich sag mal, Fragen schicken, die, das kann, das kann komplett random sein. Irgendwelche von mir aus im Alltag Dinge, die ihr beobachtet habt, wo ihr sagt, okay, wo kommt denn das her? Ich hatte da nämlich letztens eine Situation, Justin, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so ein bisschen niesen musst und du guckst in die Sonne und dann kommt's halt erst raus, weißt du, deine Nase kribbelt so ein bisschen? Kennst du das oder kennst du das nicht? Ja, 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 doch. Also, ich kenn's nicht von mir, aber ich weiß, dass das sehr, sehr viele Leute haben. Genau, ich hab das halt auch so. Kribbelt die Nase ein bisschen, dann denk ich, ah, guck mal, ich guck in die Sonne. Da geht übrigens keine, keine Lampe drin, das funktioniert nicht, das muss schon die Sonne sein und dann guckt man da rein und dann muss man niesen. Das ist beispielsweise, wäre das auch so ein Medi-Fact. Ja. So, weißt du, das wäre so eine, so eine Frage, das wäre so eine Beobachtung, die ihr im Alltag feststellen könntet. Da gibt's ja ganz viele Dinge, wenn ihr da, ihr habt aber keinen Bock zu recherchieren, sondern ihr schickt uns das ein und sagt, ey, woran liegt denn das eigentlich? So, ne, kleiner Ab, so ein kleines Ding. Aber, will ich jetzt gar nicht da jetzt zu sehr ausschweifen, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kommentare und damit geht's dann jetzt in mein Medi-Fact. Medi-Fact Medi-Fact Gebt mir die Medi-Fact Medi-Fact Ja, Justin, deswegen jetzt, ich mach mir mal hier meine Notizen auf, weil das ist nicht, was heißt ein langer Medi-Fact, aber ich bin abgetaucht in ein Gebiet, Justin, du wirst dich jetzt, du wirst dich freuen, ja. Es ist, wir sind ja, wir sind ja sehr wild unterwegs, sehr viel Studien jetzt gewesen, die letzten Male. Da bin ich jetzt mal so ein bisschen von weggegangen. Muss ja auch was liefern jetzt mal, ne? Ja, ich bin, ich muss, genau, ich muss jetzt, du hast ja auch die Messlatte immer sehr hochgehangen, deswegen dachte ich, nee, jetzt kann ich hier nicht, wieder mit so einem 0815-Kram kommen, von wegen Hunde schütten Oxytocin aus und so, nee, nee, jetzt muss hier mal was, jetzt muss hier mal in die Geschichte gegriffen werden, sondern jetzt bin ich mal, jetzt bin ich mal in die Geschichte gegangen. Und zwar in die, du wirst dich freuen, Justin, in die, wenn man so möchte, in die Pharmakologie, Pharmakologie-Geschichte, ja. Du merkst schon, wir sind jetzt hier ganz wild unterwegs, weil Pharma ist ja nun mal so gar nicht meins, aber du wirst gleich schon checken, so viel mit, also es hat was mit Pharma zu tun, aber es geht eigentlich um was anderes. Und zwar geht es aber auch um unsere Lieblingsgeschichte eigentlich, also der Teil der deutschen Geschichte, der sehr breit weiterhin natürlich noch vertreten ist, allgegenwärtig, was auch gut so ist, weil man es die Zeit nicht vergessen darf, aber wir sind in unserer, ich sag mal, sehr dunklen Vergangenheit unterwegs. War das eigentlich geschichtemäßig? Hatte dich das damals interessiert? Ich hatte das Gefühl, da gab es damals so ein bisschen so zwei Lager, so die, die die NS-Zeit eher ein bisschen nervig fanden, weil man es halt so häufig hatte und die, die es halt sehr interessant fanden. Ich fand es immer sehr spannend, muss ich sagen. Ich fand es auch spannend, die Sache bei uns war eher, dass es immer hieß, ja, das kommt ja noch, das kommt ja noch, das kommt ja noch, aber dann kam es aber nie so richtig und wir haben dann irgendwie in der Oberstufe plötzlich wieder bei Ludwig XIV. angefangen, weißt du? Ja, oh ja, französische Revolution, das war echt nervig, ey. Also so richtig, also ja, wir hatten das schon, aber so richtig, richtig drin waren wir da jetzt nie, aber ich fand das eigentlich, na was heißt, ich finde spannend ist halt auch manchmal schon fast ein schwieriger Begriff, aber es ist zumindest etwas, wo man sein Augenmerk schon drauflegen sollte und wo man ein gewisses Gespür für haben müsste, so sagen wir es mal so. Und ich glaube vor allem, muss man halt auch, also ich glaube, das gehört schon so zum, ja, einfach zur Grundbildung mittlerweile so eigentlich. Gerade bei uns, in unserem Land, ist das schon wichtig, sich da zumindest ein bisschen auszukennen. Absolut. So, und ein paar Sachen einfach zu wissen und das, ja, das finde ich, kommt halt, ich hatte ja Leistungskursgeschichte, deswegen bei uns ist das jetzt nicht wirklich zu kurz gekommen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass das vielleicht in manchen Grundkursen leider ein bisschen kürzer gekommen ist. Also da muss schon eigentlich so eine Grundbildung sein. Ich weiß, was du meinst, spannend ist definitiv ein schwieriger Begriff in dem Zusammenhang, aber es ist einfach so, also teilweise halt Mindblowing und das, was ich jetzt halt rausgesucht habe dazu, finde ich, ist halt auch so krass. Also ich habe die, ich bin da ziemlich zufällig drauf gestoßen, kann ich dir, also es ist egal, wie ich drauf gekommen bin. Auf jeden Fall, so wie du letztens schon meintest, man ist irgendwie in den Tiefen des Internets und auf einmal, zack, ist man da und es ist jetzt gar nicht so, dass dieser Fact, den ich jetzt rausgesucht habe, dass er jetzt mir komplett neu war, aber zum einen in dem Umfang war mir das nicht bewusst und es war so ein bisschen, ah ja, stimmt, da war was, aber mir war das gar nicht so, wie gesagt, dieser Umfang war mir gar nicht so bewusst und zwar geht es, ich lasse jetzt mal die Katze einfach aus dem Sack, sagt dir Pervitin was? Hast du das schon mal gehört? Pervitin sagt mir was, wenn es das ist, was ich, ja sag mal, ich glaube, bevor ich mich jetzt, nee, bevor ich mich jetzt, geht es jetzt um Panzerschokolade? Genau, ach krass, kennst du sogar nicht, ich kannte den Begriff, beispielsweise kannte ich gar nicht, Panzerschokolade. Chrissy Meth, Panzerschokolade, das ging darum, um die Soldaten quasi robuster und so zu machen und weniger schlau und so. Krass, dass du dich, also das beispielsweise, mir war das ein Begriff, aber mir war das nicht so, ich habe das dann halt nachgelesen und dachte einfach so crazy, was da halt abgegangen ist und diejenigen mal abzuholen, die sich damit nicht so auskennen. Pervitin ist ein Medikament, das ist hergestellt worden, was weiß ich, 1937 oder so was, gibt es etliche Dokus drüber, habe ich mir auch mal eine reingezogen, kann ich empfehlen, für diejenigen, die es interessiert, einfach mal Pervitin Doku bei YouTube eingeben, da gibt es echt sau viele und auch gute, wer so auf Geschichtsdokus steht, wird da auf jeden Fall fündig. Pervitin ist ein Medikament, was hergestellt wurde, was damals noch nicht richtig, also die Auswirkungen waren nicht so richtig klar, das ist im Grunde Crystal Meth, wie du gerade schon gesagt hast und das ist ursprünglich hergestellt worden, gar nicht mal für die Wehrmacht, nicht für die Soldaten, sondern das ist ursprünglich hergestellt worden für Hausfrauen, so hat man damals halt so gesagt, also jetzt heutzutage, klar, also damals einkategorisiert Hausfrauen, so die haben das dann in Pralinen so ein bisschen eingebacken und so und dann konnten sich das quasi müde Hausfrauen, im Grunde mit ein bisschen Depression, ein bisschen niedrigem Blutdruck, so wird das zumindest vermarktet. Das ist freudig. Ja, ja, das ist schon auf jeden Fall krass, wo du mir denkst, ey, wie da so ein Kaffeekränzchen abgegangen sein muss, also das ist ja, die haben sich dann halt Crystal Meth reingezogen und das Ganze war auch frei verkäuflich, sehr lange Zeit und dann hat irgendwann ein Physiologe, ein deutscher Physiologe, hat gemerkt, ah, okay, das ist die Wirkung bei den Hausfrauen, die ist schon sehr stark, die teste ich doch mal an meinen, das war in einer Militärausbildungsstelle, und hat gesagt, ich teste das mal an meinen Studenten, ich nehme jetzt mal den männlichen Begriff, weil das waren nur Männer, ich teste das jetzt mal an meinen Studenten und gucke, wie das vielleicht halt auch im Militär wirken könnte. Und der hat da im Grunde eine kleine Studie erhoben, der Herr Ranke, war das übrigens, da habe ich mich gefragt, ob der Herr Ranke auch diesmal den Ranke-Komplex mit entdeckt hat oder sowas, das kann ja auch immer aus der Nazizeit sehr gut sein, da gibt es ja echt auch... Rankel oder Ranke? Ranke. Ja, weil der Rankel-Komplex heißt doch Rankel, du meinst doch jetzt hier bei Knochenstoffwechsel, oder? Äh, ich dachte, nee, 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 das ist was anderes, das ist was anderes, ich dachte jetzt, was gibt es ja nicht in der Tuberkulose? So ein Ranke-Komplex? Oh, den Ranke-Komplex, ja, warte mal, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Also ich habe keine Ahnung, ob das Zusammenhang gibt, das ist jetzt einfach mal reingeworfen. Es gibt aus der Zeit sehr viele Namen, die noch weiterhin benutzt werden, wo man auch sagen muss, da muss man eigentlich mal die Namen auf jeden Fall mal ändern. Hier beispielsweise, um mal kurz einzuwerfen, zum Beispiel, ich glaube, Morbus Wegener war das, ich glaube, das ist ja jetzt Granulomatose mit Polyangitis, heißt es jetzt, muss man sagen, für Studierende, Studierende hast du diesen Trick, also muss man ja wirklich sagen, also vollkommen richtig, dass man die nicht mehr so nennt, absolut, aber die Namen, die da jetzt quasi, die sind ja jetzt beschreibend der Krankheit, wird nicht einfacher. Nee, das ist schwierig, auf jeden Fall zu merken, vor allem, wenn sich das dann doch irgendwie im Kopf so ein bisschen eingenistet hat, der Name. Aber absolut richtig, den Namen zu ändern, wichtig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, um auf seine Studie da zurückzukommen, er hat einfach seinen Studenten, hat er Pervertin gegeben, manchen halt eben nicht, und hat die, jetzt pass auf, 36 Stunden lang Matheaufgaben lösen lassen, ohne Schlaf, ohne Schlaf, und hat geguckt, wer schneidet wie ab, wann pennt wer ein, so, wer bleibt wach, und da hat sich rausgestellt, überraschenderweise, auf Crystal Meth, was übrigens ein Mitamphetamin ist, für diejenigen, die sich da weiter einlesen wollen, oder so, es gibt ja Amphetamine, Mitamphetamine, das sind beides, also wird auch medizinisch eingesetzt, aber ist natürlich sehr weit verbreitet, als Drogen eben. Einer Funfact, C10H15N ist die chemische Formel, glaube ich. So, nämlich, Metamphetamin ist im Grunde das gleiche wie ein Amphetamin, Amphetamine ist besser bekannt vielleicht als PEP oder Speed, so, das sind vielleicht mehr, eher mehr Leuten im Begriff, und das Metamphetamin, wie Crystal Meth, hat im Grunde noch für die kleinen Chemiker hier unter uns noch eine Methylgruppe dran, ja, also, dann kommt da die, die, die Formel zustande, die Justin gerade gesagt hat, die chemische Formel. Auf jeden Fall, ja, er hat überraschenderweise festgestellt, diejenigen, die auf Crystal Meth nennen, die waren irgendwie wach, und haben die Aufgaben auch besser gelöst und hat sich gesagt, pass auf, das setzen wir mal für die Wehrmacht ein, ist auch dann eingeführt worden in der Wehrmacht und ist dann halt auch, ich sag mal, sehr, sehr, sehr viel genutzt worden, was den Blitzkrieg oder was den Überfall nach Polen anging, auch in Frankreich, da gibt's dann, da könnt ihr euch dann in den Dokus, wenn euch das interessiert, weiter Sachen zu angucken, bestimmte Schlachten, die, naja, offensichtlich irgendwo halt auch gewonnen wurden, weil halt wahrscheinlich so viel Pervitin genommen wurde, weil die deutschen Soldaten einfach nicht gepennt haben, die haben halt teilweise nur eine Stunde geschlafen oder so oder weniger oder es gibt Berichte darüber, dass Soldaten sich, also in Panzern, die ja extrem eng sind, mit vielen, du bist ja trotzdem, es ist ja nicht nur eine Person, sondern es sind ja viele Leute drin, dass sie total euphorisch waren und einfach, naja, ich sag mal, so wie du halt sagst, so total euphorisiert, ohne Hungergefühl, ohne Müdigkeitsgefühl, einfach in den Kampf gezogen sind, man entwickelt ja ein extrem starkes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ich hab jetzt die Drogen nie genommen, das ist jetzt natürlich nur alles angelesen, aber, also ist ja, also man wächst quasi über seine, über seine Fähigkeiten aus oder überschätzt sich im Grunde und, naja, geht halt häufig mal über die Grenzen hinaus, was halt dann im, im Russland-Feldzug beispielsweise zu vielen Toten geführt hat, denkt man zumindest jetzt, das hat es damals natürlich die Kommunikation so nicht gegeben, damals war Panzerschokolade, was dann der Spitzname quasi für Pervitin an der Front war, hat man, ja, hat man natürlich jetzt nicht so offen kommuniziert, aber man geht jetzt davon aus, dass es viele Todesfälle aufgrund des Pervitins halt gab, weil jetzt im Russland-Feldzug beispielsweise viele nicht Halt gemacht haben, nicht Stopp gemacht haben, nicht Pausen gemacht haben, sich nicht aufgewärmt haben, sondern immer weiter, immer weiter und dann halt einfach umgekippt sind irgendwann und davon gibt es halt eben super, super viele Fälle, also eigentlich hat man systematisch Soldaten an der Front voll auf Drogen gesetzt, damit sie halt weiter kämpfen, inwiefern das jetzt in den anderen Nationen, die gegen die Deutschen gekämpft haben, auch der Fall war, keine Ahnung, da habe ich jetzt nicht so weiter nachrecherchiert, aber ich habe halt einfach rausgefunden, oder mir war halt eben einfach nicht der Umfang klar, wie viel wirklich diese Drogen konsumiert wurden. Das war mir in dem Ausmaß nicht bewusst und das sind Zahlen, also ich habe jetzt die genaue Zahl über diese sechs Jahre Kriegszeit nicht im Kopf, aber es sind über 700 Millionen Tabletten, die da verkauft wurden und alleine in, die Zahl habe ich rausgesucht, alleine in 1940 zwischen April und Juni waren es 35 Millionen Tabletten, die nur an die Wehrmacht gingen. Also total, total krass und es ist auch erst, boah, wann war das, ich habe da auch die Zahl rausgesucht, ist ja jetzt auch wurscht, ist auf jeden Fall erst irgendwie glaube ich 41 oder sowas tatsächlich verboten worden beziehungsweise verschreibungspflichtig geworden. Die Ärzte sind aber immer noch trotzdem total locker damit umgegangen, das heißt auch in der deutschen Bevölkerung war halt einfach eine totale Abhängigkeit da und das finde ich halt einfach nur so krass, diesen Fact, weil ich, also mich hat das irgendwie halt insofern erstaunt, weil ich dachte, wie ging das denn danach 45 weiter? Ja, also erstmal sind alle, wie gesagt, wenn euch das interessiert, die Doku sind echt gut, echt spannend, also spannend im Sinne von einfach so interessant, was da einfach abgegangen ist, ich erzähle dir gleich nämlich noch eine andere Studie und da wird es, da wird es wirklich mehr als menschenverachtend, das ist wirklich, also für diejenigen, die da vielleicht nicht so da weghören, weil das ist eine üble Sache, aber wie ging es danach 45 weiter? Kann ich dir gleich erzählen? Dann erzähle ich dir erstmal kurz was, nämlich zu der Studie, die, also wirklich, als ich das, da dachte ich, ich höre nicht richtig, das war wirklich, also dass es solche, solche Versuche gegeben hat, weiß man ja, aber das nochmal so zu hören war absolut, absolut, wirklich krass, weil kurz bevor Deutschland dann gefallen ist, hat eben, naja, haben halt eben die Nationalsozialisten gesagt, okay, jetzt versuchen wir alles und wir wollen jetzt quasi so eine Powerdroge herstellen, ist es nie zum Einsatz gekommen, weil Deutschland frühzeitig gefallen ist, aber man hat sie eben getestet und zwar war das dann jetzt nicht nur noch, nicht nur Pervitin, sondern auch noch eine Mischung mit Oxycodon und Kokain, die man alles quasi in einer Tablette geworfen hat und quasi so eine Superdroge quasi herstellen wollte. Die wollte man jetzt aber nicht mehr an den deutschen Soldaten testen, sondern man hat halt einfach KZ-Häftlinge genommen, ja, man hat KZ-Häftlinge genommen und hat sie, hat den 20 Kilo Rucksäcke aufgepackt und hat die über, also die sollten immer nur im Kreis laufen, in ihrem Hof auf verschiedenen Untergründen. Ursprünglich hat man das auch gemacht, um das deutsche Schuhwerk zu testen, also das ist schon absolut krank, aber denen hat man, und dann hat man gesagt, die sollen so lange laufen, bis sie umkippen. Die sind 88 Stunden am Stück gelaufen und nur einer ist umgekippt, weil der sein Kaugummi verschluckt hat. So, es ist zum Glück niemals zum Einsatz von dieser Droge gekommen, aber allein das, ich habe das auch vorher nie gehört und ich habe das auch nur in der Doku mitbekommen und auch mit Nachrecherche, da gab es nur einen ganz, ganz kleinen Artikel dazu, den ich gefunden habe, weil das auch jetzt nicht so bekannt war, aber absolut, absolut krank, was man da gemacht hat und das hat mich einfach irgendwie, also zum Teil, also das hat mich einfach erschüttert und wie gesagt, mir war einfach so dieser Einsatz von dieser Droge, Crystal Meth, im Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus gar nicht so bekannt, weil, und ich habe dann geguckt, was war denn nach 1945, die deutsche Bevölkerung war immer noch teilweise sehr abhängig und Ärzte haben immer noch sehr locker die Droge eben weiter verschrieben, Pervitin weiter verschrieben, komplett verboten ist es nämlich erst 1970. So spät? Ja, so spät wurde das Ganze erst verboten und vorher war das halt... Krass, ja, wenn du mal überlegst, wie alt unsere Eltern sind, ne, also, ja, okay, krass, ja. Ja, also meine Eltern waren auf jeden Fall geboren, als es noch zumindest verschreibungspflichtig war. Ja, es ist jetzt nicht so, dass es, es war jetzt nicht frei erhältlich, aber es war wohl auch über den Schwarzmarkt relativ leicht zu bekommen und es ist auch, hat auch immer noch sehr breite Anwendung gefunden bei beispielsweise Sportlern. Es gibt auch nicht, also es gibt sehr starke Hinweise darauf, dass beispielsweise auch Konrad Adenauer regelmäßig Pervitin genommen hat. Krass. Ja, es gibt auch eine Geschichte von einem Boxer, der, ein deutscher Boxer, der einfach mit 26, meine ich, verstorben ist, weil er auf Pervitin eben gekämpft hat, seine Grenze nicht mehr kannte, der wäre eigentlich schon ohne diese, ohne die Droge wäre der einfach schon viel schneller zu Boden gegangen, hat 150 Kopfschläge kassiert und ist dann einfach nicht mehr aufgestanden. So, ist einfach dann im Ring verstorben, weil er halt voll auf Pervitin war. Und das ist super gefährlich, es ist absolut krass. Und wie gesagt, mir war einfach dieser Ausmaß nicht bewusst, wie breite Anwendung Crystal Meth im Grunde halt in der damaligen Zeit halt hatte und wie locker frei verfügbar das Ganze halt war. Und das ist vor allem halt auch, ich sag mal einfach für die breite Bevölkerung, für damals dann halt Hausfrauen, einfach, ja, denen einfach quasi hinterhergeschmissen wurde. Also, also im Endeffekt, der ist jetzt vielleicht mal ein bisschen ernster gewesen. Der geht unter die Haut. Ja, ich, ich, ich bin geschichtsinteressiert. Ja. Würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Geschichtsnerd bin, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber, äh, ich bin geschichtsinteressiert und deswegen habe ich da, äh, hat es mir einfach, was heißt gefallen, wie du schon sagtest, ist es ein bisschen spannend, äh, ein bisschen, ein bisschen schwierig das sozusagen, aber, ja, diese Recherche hat mir einfach, ja, fand ich halt einfach irgendwie krass und faszinierend und spannend und aber, naja, ich hoffe ihr versteht, was ich damit meine. dass das passiert ist, sondern ist einfach so, einfach so mindblowing, irgendwie so krank, wie was da passiert ist und, ähm, ja, deswegen bin ich da in der, ich sag mal in der Recherche sehr abgetaucht. Ich hätte jetzt noch sehr viel weiter erzählen können, äh, sehr viel genauere Daten und bestimmte, bestimmte Schlachten, wo das mit Sicherheit eine Rolle gespielt hat, aber das will ich euch jetzt alles, äh, will ich euch jetzt nicht alles mit, komplett mit Volltexten, äh, deswegen, ähm, mache ich an der Stelle einen Cut und für alle, die es weiter interessiert, gebt mal ein Pervitin, geschrieben mit, mit, mit V, nicht mit W, P-E-R-V-I-T-I-N, Doku, da findet ihr super vieles, ähm, sehr gute Dokus, sehr gute Geschichtsdokus, aber absolut, äh, echt krasse Geschichte, die ich so nicht, nicht so habe erwartet, nicht in der Tiefe erwartet habe, weißt du, es war so, ich fand's irgendwie, ich dachte, okay, du recherchierst mal ein bisschen weiter, ähm, einfach, weil es mich dann halt interessiert hatte und dann dachte ich so, okay, da kannst du einen Medieffekt draus machen, weil in dem Ausmaß war es mir nicht klar. Ja, also ich, ich habe da zwei Gedanken zu, ne, jetzt, ne, du hast eigentlich die Bewertung und die, die Einordnung schon echt gut gemacht vorher, ne, also, da brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, aber zwei Gedanken, die mir kamen, während du das erzählt hast, war nochmal, dass es eigentlich ja, rein physiologisch, so super smart ist, was der Körper macht, ne, dass Angst, das hatten wir ja auch in unserer Schmerzvorlesung, also ich fand's immer so lustig, aber Schmerz ist ein Alarmsignal, ne, das ist ein schon wohl eingefügtes Element, sage ich mal, im menschlichen Körper, dass du Schmerzen hast, das macht ja, also passiert ja nicht, um dich irgendwie zu ärgern, sondern einfach, weil es im Zweifel eine Schutzfunktion hat, ne, also so dumm es halt auch eben klingt, ne, und wenn, wie du schon sagst, gerade mit dem Boxer da, das ist ja da krass, auch nochmal ein krass Beispiel, oder bei den Leuten eben auch im Krieg, ne, gerade wenn das so auch so ein bisschen so eine angstheolithische, also angstlösende Wirkung hat und die Leute dann auch einfach reingehen, dann ist das schon, boah, ich finde immer krass sowas, weil du ja auch so komplett den Bezug offensichtlich zu deiner eigenen Wurzel in dem Moment dann sozusagen verlierst, ne, gepaart mit diesem krassen Patriotismus, der ja sowieso durch die Propaganda eh schon vorhanden war, ne, das macht ja natürlich, das befeuert das natürlich eh nochmal, man muss ja sagen, am Anfang ist es mit Sicherheit, ich sag mal, das Ausmaß nicht klar gewesen, als das hergestellt wurde, 1937, ist das ja nicht fürs Militär hergestellt worden, sondern man hat wirklich gedacht, ist zumindest das, wie ich es gelesen habe, dass man, dass man wirklich, ich sag mal, blutdruckschwache Hausfrauen mit vielleicht einer Depression, dass man dem, ich sag mal, ein bisschen Stimmungsaufwand, vielleicht so, dass der erstes Antidepressivum entwickelt, das war ja wahrscheinlich, zumindest vermute ich jetzt mal, die Idee, dass das, ich sag mal, welche, welche negativen Wirkungen noch hat, welche Nebenwirkungen, die sich ja auch zahlreich gezeigt haben, dass, also als die dann aufgetreten sind, gab es auch einen deutschen Arzt, der halt das auch öffentlich gemacht hat, dass man das Ganze halt eigentlich verbieten muss und halt auch komplett aus dem Verkehr ziehen muss, ist aber einfach nicht drauf gehört worden. Also ich kann mir da halt auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass es nicht klar war, was es mit den Menschen machen kann so oder was es machen wird oder welche Nebenwirkungen das hat und was halt auch die traurigen Folgen halt daraus sind und dass man einfach dann bewusst in Kauf genommen hat, dass Menschen halt einfach aufgrund dieser euphorisierenden Wirkungen halt auch einfach wahrscheinlich dann versterben werden und deswegen, das ist, man kann da auch nicht sagen, okay, man hat das irgendwie nicht gewusst, welche Nebenwirkungen es hat, sondern es gab wirklich halt auch einen deutschen Arzt, der sich öffentlich hingestellt hat und sich dafür stark gemacht hat, dass das Ganze verboten wird, woraufhin es dann auch irgendwann halt erst verschreibungspflichtig wurde. Also hätte er das Ganze nicht propagiert, dass man das Ganze verbieten muss, wäre das wahrscheinlich immer noch frei erhältlich gewesen die ganze Zeit. Die zweite Sache, bevor wir weitergehen, weil wir sind schon wieder sehr lange dabei, die mir so wiederkommt, ist, es wirft so ein bisschen für mich die Frage auf, wenn man so eine Geschichte wieder hört, quasi wie hoch ist die Dunkelzahl anhand der Erkenntnisse aber auch, die wir heutzutage haben, die aus unethischen Versuchen oder unethischen Experimenten von damals entstanden sind und das ist ja dann auch immer eine sehr schwere Gratwanderung, Gratwanderung zu sagen, welche Erkenntnisse dürfen wir nutzen, sollten wir nutzen und wie wird das mit dem Fortschritt in näherer Zukunft dann aussehen, weil da muss man sehr, sehr vorsichtig in der Formulierung sein, weil einige, so wie ich das jetzt immer mal wieder im Studio mitbekommen habe, der Erkenntnisse, die wir heutzutage haben oder der Therapiemöglichkeiten, die wir heute haben, sind leider daraus entstanden, dass man sagt, ey, das sind eigentlich Dinge gewesen, die man nicht mehr machen kann heutzutage und da glaube ich, ja, also ich will auf die Diskussion nicht eingehen, aber ich finde, die Geschichte ist eigentlich wieder ein ganz gutes Beispiel, dafür irgendwie nochmal ein Bewusstsein zu schaffen, dass es schon krass ist, was man, also was diese Zeit für einen riesen Einfluss hat und ich sage jetzt bewusst nicht positiv oder negativen Einfluss für die Medizin, sondern generell einfach Einfluss auf die unterschiedlichsten Bereiche im Leben, wie wir es heute trotzdem noch fühlen, das finde ich einfach sehr, ja teilweise erschreckend und gleichzeitig ja natürlich auch total logisch. Ja, das ist ein gutes Abschlusswort. Ja, gut. Danke für den Minifact, Lukas, war gut, finde ich interessant. Was man übrigens auch glaubt, das ist aber jetzt nicht so öffentlich, ist, dass Deutschland ist ja 1954 Weltmeister geworden im Fußball, dass da auch die eine oder andere Tablette genommen wurde, aber das will ich jetzt nicht aufmachen, das Thema, weil ich glaube, das sind nur viele Vermutungen, mit Sicherheit würde sonst der WM-Titel aberkannt werden, da will ich jetzt nicht, da will ich jetzt keine Fake News verstreuen, das ist nur eine Sache, auf die ich auch noch gestoßen bin, der ich jetzt aber auch nicht so stark mehr nachgegangen bin. Nee, gut, das ist glaube ich verkraftbar. Ja, denke ich auch. So, aber ich habe jetzt viel zu viel erzählt, viel zu viel gelabert, ich habe in den Mund fusselig geredet, Justin, weil ich auch sehr vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sein, war mit dem Fact, weil ich dachte, okay, das ist eine schmale Gratwanderung zwischen es ist interessant, es ist spannend und es ist halt moralisch mehr als verwerflich, deswegen war das für mich so ein bisschen Ding, nehme ich den rein, nehme ich den nicht mit rein, aber ich finde eigentlich schon und deswegen, aber man muss halt vorsichtig sein in der Formulierung, deswegen habe ich mir in den Mund ein bisschen fusselig geredet, wir gehen jetzt aber, wo wir vielleicht bei Notfällen sind, doch vielleicht erst mal zu dir dann in die Notaufnahme. Ja, äh, gut, wie fangen wir denn am besten an? Falls du übrigens mal jemanden auf Crystal Meth haben solltest, weißt du, was man in der Notaufnahme macht, das habe ich auch nachgelesen. Ne, da muss man mir helfen. Da soll man es. Also ich habe, da habe ich jetzt noch nicht so viel, habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung mitgesammelt mit Crystal Meth. Das glaube ich dir, das glaube ich dir, man soll den Hahn ansäuern. Ich weiß jetzt nicht, wie man den Hahn richtig, wie macht man den saurer? Das habe ich richtig gefragt. Äh, warte mal, war das nicht irgendwie Methionin oder so ein Scheiß? Kann sein, kann sein. Auf jeden Fall. Ich denke da gerade an Hahn, also an, an, an Nierensteine. Ja, okay. Da gab es doch Natriumcitral oder sowas um Methionin. okay. Da ist da. Ansäuern mit Methionin vielleicht. Ich weiß nicht auch. Ich glaube, der ist ein ganz großer Müll gerade. Ich habe, ich habe nur gelesen, Hahn ansäuern. Ja. Also falls sich dabei irgendjemand fragt, Hahn ansäuern, weil dann das Methamphetamin liegt dann ionisiert vor und kann nicht mehr rückresorbiert werden. Ansonsten wird das nämlich sehr stark aus dem Hahn wieder über die Schleimhäute rückresorbiert, geht wieder zurück in den Körper und dadurch wird es dann ausgeschieden. Indem es, naja, angesäuert ist, ionisiert vorliegt und dann kann es ausgeschrieben werden. Ich habe es gegoogelt. Bei Patienten mit rezidivierenden Harnwegsinfekten lässt sich durch die Ansäuerung des Urins mit der Essentenaminosäure L-Methionin die Anzahl der Rückfalle signifikant vermindern. Guck mal. So, Lukas. Ja. Hier, auf die Nase geklopft. Gut. Also, zack, deine Notaufnahme. Wie ist es, Justin? Wie hat es sich entwickelt? Wir haben ja letztes Mal kurz schon mal ein bisschen darüber gesprochen, aber wir haben ja gesagt, wir packen das ein bisschen mehr in die Folge, damit du auch ein bisschen mehr Zeit hast, dazu erzählen, damit das nicht so untergeht. die Sache ist ja folgende, ich war ja schon mal da in einer Notaufnahme, das war eigentlich ganz cool, ich kannte die Leute, also die, zumindest die oberärztlichen Kollegen und Kolleginnen und den Chefarzt, das war eigentlich schon immer ganz cool, weil mit denen hatte ich ein gutes Verhältnis. Wäre jetzt vermessen zu sagen, ja, man war jetzt, aber ihr wisst schon, was ich meine, man kannte die Leute halt einfach, das war an sich, hatte man ein gutes Gefühl, da hinzugehen von Anfang an schon wieder. Und mittlerweile hat sich einiges geändert, das System wurde überarbeitet, man hat mittlerweile nicht mehr handschriftliche Tafeln, wo man die Patienten und Patientinnen halt sieht, sondern tatsächlich gute, mehr oder weniger gute, Hads, beziehungsweise eben, ja, solche Displays auch auf dem PC, wo du die Patienten und Patientinnen halt irgendwie, Patientinnen, ich weiß schon, Olaf Scholz hier, der, naja, quasi rumverschieben kannst und sowas, ne. Und dann ist eigentlich der Ablauf relativ easy, ich komme da morgens um acht an, ne, ich komme ein bisschen später hin, weil vorher meistens nichts ist, also es ist natürlich in Absprache und dann geht es halt eigentlich los und wenn du jemanden hast, ne, Patient, keine Ahnung, du siehst du dann da irgendwie Patient, Thoraxschmerz, wo der dann liegt oder Patient, äh, Verdacht auf, keine Ahnung, oder akute Bauschmerzen oder so. Und dann gehst du halt hin oder gehe ich halt hin, gehe ich, mache ich alleine und mache halt Anamnese, ne, körperliche Untersuchung, nehme mir die Medikamente mit, gucke mir die an, Vorerkrankungen, telefoniere, wenn nötig, irgendwie Befunde hinterher, gucke mir das EKG an und dann fange ich an, das zu dokumentieren, mache das alles soweit fertig, je nachdem, was ich glaube, wie akut das ist, bespreche ich das natürlich gleich und kann dann halt zum Beispiel sowas wie ein Röntgen anmelden, aber nicht freigeben. Das heißt, ne, ich kann halt Indikationsstellungen schreiben und so, aber natürlich, ich bin ja erstens kein Arzt und zweitens kein, habe ich diese Strahlen-Geschichte, nicht, deswegen, ich darf das nicht wirklich endgültig freigeben, aber ich kann es sozusagen den Auftrag vorspeichern. Ja, wenn ich glaube, dass es gemacht werden muss, dann mache ich sowas halt, ne, dann gehe ich zum, zum Oberarzt, Oberärztin und bespreche mit denen, diesen Patienten oder wenn, wenn gescheit werden muss, dann schalle ich halt mal drauf und gucke halt mal so. Und, ähm. Das heißt, du hast ja schon so ziemlich deine Freiheiten ja, was du, ich sag mal, was du, also du bist richtig stark mit integriert, so, ne, richtig mit eingebunden. Ich meine, ich kenne ja, wir haben uns ja schon viel unterhalten, ich weiß es ja, aber ich wollte das nochmal so rausstellen, weil das halt echt da, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Notaufnahme häufig so ist, aber keine Ahnung, auf jeden Fall ist es da ja schon sehr, du bist schon sehr stark mit eingebunden und dir wird schon sehr viel zugeschrieben, was ja, ich sag mal, dich vielleicht hier und da mal ein bisschen ins kalte Wasser wirft, aber was dich ja total viel weiterbringt wahrscheinlich. Absolut, also das Coole an der Sache ist, ich hab halt ja einen Zugang, das heißt, ich kann mich sogar bei diesem, hab ich ja erzählt, in diesem Display auch als verantwortliche Person eintragen und dann steht da quasi für alle in der Notaufnahme auch mein Name, das heißt, bei Rückfragen werd halt teilweise auch ich dann zum Beispiel angerufen von der Pflege oder so und dann steht, und das ist eigentlich echt ein ganz cooles Ding, dann gibt es noch ein Feld, das heißt dann Supervisor, also jemand, der quasi mich nochmal supervisiert sozusagen und da steht dann ein Oberarzt oder eine Oberärztin halt nochmal drin, das heißt, das ist auch ein Ansprechpartner und wenn du am Ende zum Beispiel einen Brief, einen Lastbrief, Verlegungsbrief machst, dann steht halt quasi mein Name und der vom Oberarzt mit dabei. Das ist dann wirklich ein gutes System, dass man dann sieht, das wurde alles abgecheckt und so weiter und so fort. Ich sag mal, das ist jetzt, also das ist finde ich auch echt ein gutes Ding, weil das bedeutet ja auch, du weißt genau, mit welcher Person du Rücksprache halten kannst. Ja, genau. Es ist nicht so, dass du einfach hingehst und sagst, boah, fuck, wen spreche ich jetzt an und du weißt genau, okay, die Person ist mir quasi zugeschrieben und dann gehe ich auch zu der Person hin und die Person weiß es auch, dass du da hingehen kannst. Ja, genau, entweder so oder man, wie gesagt, das ist da aber auch so, ich sag mal, eng gehalten, dass man auch jeden, also sagen, ja, machst du den mit mir oder wer macht den mit mir oder so, also das ist schon, das ist schon ganz gut. Ich glaube, was ich halt cool finde ist, es gibt dir, das ist halt immer so ein bisschen, das ist vielleicht von außen nicht so ganz verständlich, aber in dem Moment, wo da dein Name steht oder in dem Moment, wo du da so mit rein integriert bist, wächst so ein bisschen dein Verantwortungsgefühl und dein, dein, der Bereich, in dem du dich bewegst irgendwie, ne, also, ich weiß nicht, wieso, es macht was, es ist ein Unterschied, ob du mitläufst, während jemand gemacht, also irgendwie behandelt wird oder ob du das halt selbst machst, ne. Auf jeden Fall, du musst ja viel mehr mitdenken. Genau, es ist ein Unterschied, wenn, und lass es nur ein Harnwegsinfekt sein und du besprichst dann mit der Person oder du besprichst dann mit dem Arzt, ja, okay, die soll jetzt, keine Ahnung, Pifmecidinarm dreimal drei Tage bekommen, ne, und 400 Milligramm, hol das mal aus dem Schrank und erklär dir, erklär dir das mal, wie die das jetzt nehmen soll oder ob du halt mitläufst und sagst, ja, ich gebe dir jetzt ein Antibiotikum, ne, das sind so, das sind einfach, oder wo du dir einfach nur mal, ja, ich weiß, dass ich ein Antibiotikum brauche bei einem Harnwegsinfekt. Das sind natürlich kleine Sachen, aber die bringen dich so ein bisschen mit rein in dieses Dosierungsding, in dieses mit Patienten und Patientinnen nochmal besprechen und so weiter und so fort. Also halt der wirkliche klinische Alltag halt, Ja, genau so ein bisschen und da sind natürlich auch mal ganz spannende Fälle jetzt mit dabei gewesen, ne, das ist ja jetzt das Schöne, da kann ich ja auch ein bisschen was erzählen, einfach aus dem Grund, das ist ja so ein Riesendurchlauf, die Diagnosen wiederholen sich, das kann ja sonst wer zuordnen, ne, wer das war. Aber ich hatte zum Beispiel letztens einen Tag, klar, man muss immer sagen, es gibt coolere Tage, nicht so coole Tage, es gibt auch die Tage, da kriegst du dann das dritte Mal jemanden, der exekiert ist sozusagen wo nicht, also ist jetzt nicht respektierlich gemeint, aber wo du einfach als Studierender nicht so diesen Riesenlerneffekt, sage ich mal, hast, ja. Aber ich hatte zum Beispiel letztens einen Tag, da war ein 40-Jähriger mit Schwindel, so. 40 Jahre mit Schwindel, da denkst du jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt an eine Polyneuropathie, sondern an halt diese typischen Schwindelgeschichten, die man so lernt. Und dann bin ich da halt mal hingegangen und am Ende dachte ich mir, als ich den gesehen habe, okay, das klingt von dem, wie ich es auf Amos gelernt habe, voll wie so ein Benignal, wie so ein Benignal-Pauksysmaler-Lagerung-Schwindel. Ja, ja. Das passt einfach perfekt so, ne. Ja. Hab mich aber nicht richtig getraut, den endgültig, klar neurologisch, so grundlegend gecheckt, ne. Hab dann aber auch so ein paar Sachen vergessen, bei denen ich mir so dachte, okay, hätte man nochmal angucken können. Hab das dann mit der Oberärztin besprochen und beim nächsten Patienten mit Schwindel denkst du dann dran. Machst das direkt besser. Weißt du, da ist halt ein Lerneffekt. Und was ich da eigentlich... Musst du eigentlich manchmal Dinge nachgucken oder machst du das einfach so, wie du dann denkst und besprichst es und dann lernst du darüber quasi oder guckst du nochmal irgendwie... Gehst du nochmal kurz aufs Klo, setzt dich hin und guckst nochmal kurz auf Amboss. Ne, das ist... Wenn, dann mach ich das da ganz offen. Also das kann ruhig wieder sehen, dass ich nachgucke. Nein, also das kommt immer, finde ich, total drauf an. Bei dem, wenn da steht Verdacht auf oder einfach nur Schwindel, dann bin ich da erstmal hingegangen, weil Schwindel kann ja alles sein. Das könnte ja auch was Orthopädisches gefühlt sein. Das kann auch tatsächlich einfach Kreislauf sein. Ne, so und irgendwann, wenn man diese Symptome, die man sieht, hast du irgendwann gefühlt so eine Palette drin, bei der du schon weißt, was du so ungefähr fragen willst. Ne, um Gottes willen, ich mach jetzt nicht die perfekte Anamnese, aber jetzt so für mein studentisches Gehirn, sag ich mal. Der Grund, warum ich das so interessant war, war, weil man da den Neurologen dann mit dazu geholt hat und der diese Lagerungsprobe gemacht hat und die Leute, also vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht erkläre ich mal kurz, was dieser Lagerungsschwindel ist. Das ist ein gutartiger Schwindel, also der ist nicht wirklich gefährlich und der hat was damit zu tun, dass im Innenohr gewisse so Kristalle, Otoliten oder wie auch immer, dann plötzlich frei in dieser Endolymphe schwimmen und in einem Innenohr darum her schustern. Da, wo das Gleichgewichtsorgan im Grunde ist. Genau, genau so. Und die machen halt einen ganz gewissen Schwindel und das ist meistens bei Veränderung der Lagerung, also wenn man irgendwie gelegen hat und sich auf die andere Seite dreht oder wenn man irgendwie von liegender in Sitzender oder andersrum Positionen halt geht und die Leute haben echt einen krassen Schwindel und das kannst du testen, indem du die Leute ganz besonders halt auf eine Seite legst und wohin gucken lässt, ob die dann so eine Stagmusk bekommen, also ob die Augen in so eine bestimmte Richtung schlagen. Und bei dem Typen, also bei den Patienten, ich sage jetzt bewusst Typ, weil das war wirklich eine Type der Kerl, der war ein echt cooler Mensch, so den hast du halt auf die eine Seite gelegt, aber gar nichts. Dann hast du den auf die andere Seite gelegt und bam, 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 bam. Also es war wirklich perfekt zu sehen und in so einem Moment nicht so krass, ne? Und dann hat er mit dem dieses Lagerungsmanöver gemacht und danach ging es dem besser. Das war wirklich einfach mal eindrücklich zu sehen, weil du liest ja sonst immer nur diesen Artikel. Ja, klar. So was sind dann natürlich, sind jetzt... Da gibt es ja wie so zwei Manöver, Lagerungsmanöver nach, was war das? Epley und Semon zum Beispiel. Das zum Beispiel habe ich dann nachgeguckt, weil das weißt du nicht mehr, wie die heißen oder da weißt du auch nicht mehr, wie genau die gehen. Ich wusste nur erst auf die eine, dann irgendwie auf die andere Seite lagern. Die hat dann auch der Neurologe gemacht, weil ich, wie gesagt, gar nicht wusste genau, wie die gehen. Hätte ich jetzt sogar gedacht, dass das dann HNOler macht, aber gut, klar, weiß der Neurologe wahrscheinlich auch. Haben da kein HNOler in der Klinik. Also das ist man dann die Neurologe. Und dann hast du zum Beispiel direkt als nächsten Patienten, beziehungsweise Patientin, eine ältere Dame, die extrem Schwindel hat, der von der Symptomatik für mich nirgendwo einzuordnen ist, außer vielleicht irgendwas Orthostatisches. Und bei der ich dann die Oberärztin mit dazu geholt habe, sie sich das auch nochmal angeguckt hat und glaubt, ja, mit ein bisschen Disziplin, also ein bisschen Luftnot, wirkt das tendenziell dann eher wie, wirkt das dann doch tendenziell eher wie, ja, Kreislauf. Ja, und dann sagt der Neurologe, ja, okay, wir machen trotzdem mal nochmal ein CT und dann siehst du plötzlich im CT im Kleinen haben plötzlich ein Ödem mehrere mit komischen Raumforderungen und siehst du dann, boah, fuck, machen wir mal lieber ein Röntgen-Thorax und ein MR dahinter und dann siehst du, hm, die hat wahrscheinlich einen Tumor in der Lunge, ne? Und so wird plötzlich aus Schwindel und das ist halt dieses Krasse in der Notaufnahme. Da kann alles und nichts kommen. Dann kommt der Nächste, der hat genau die gleiche Symptomatik und bei dem kommt am Ende raus, ja, der hat wahrscheinlich Ja, vor allem musst du halt auch, genau was du jetzt gerade sagst, halt irgendwie total vorsichtig sein beziehungsweise das ist ja auch so ein voller Lerneffekt für dich. Ja. Erst denkt man, na gut, vielleicht habe ich jetzt halt in den drei Wochen echt was gelernt und ja gut, ist das genau das Gleiche wie bei der Patientin vorher oder bei den Patienten vorher und dann ist es aber halt auf einmal dann was ganz anderes, vor allem was sehr schwerwiegendes, ne? Ja, ist schon krass. Also das ist auch so für einen selbst, muss man halt natürlich immer in der Notaufnahme immer wieder aufpassen, so dass man nicht in so Schemata abrutscht und sagt, ja gut, komm, ist schon nix und weg, so, sondern man muss halt wirklich bei jedem Patienten, bei jeder Patientin super vorsichtig sein und gründlich sein und drauf achten, dass man halt auch nichts übersieht. Beispiel. Und dann so einen Patienten oder so eine Patientin nicht nach Hause schickt, weil man sagt, ja gut, ist nix. Richtig. Wir hatten zum Beispiel auch mal, ich habe jetzt, also was ich zum Beispiel auch ganz gut gelernt habe, ist zum Beispiel tiefe Beinwindenthrombose und da gibt es ja den Ratescore. Ja. Und zu dem Thema mit dem Nachgucken, am Anfang habe ich noch mal nachgeguckt, was alles drin war, ich wusste so ungefähr, was ist drin und so und mittlerweile gucke ich den nicht mehr genau nach, aber ich weiß in der Anamnese ganz genau, was ich frage. Also zum Beispiel bei einer tiefen Beinwindenthrombose und da hat man schon einen Lerneffekt und zum Beispiel auch den Ultraschall ist meistens so, dass jetzt halt dann die Ärzte dann danach natürlich noch mal drüber gucken, manchmal mache ich den auch und die sind dabei und gucken einfach und sagen, ja okay, so und so, das reicht mir, das ist ausreichend so und dann schreibst du einen Befund und dann ist fertig. Also man kriegt zumindest dieses Gefühl, manchmal wirklich von A nach, von A bis B beziehungsweise A bis Z dann am Ende jemanden wirklich am Ende größtenteilig so selbstständig mitgemacht zu haben. und das ist natürlich ganz cool und dann hast du sieben Leute mit einer, die klinisch wahrscheinlich keine Beinwindenthrombose haben, weil die auch nichts haben und dann hast du die achte Person und die hat eigentlich auch nicht wirklich was und dann scheitst du die und dann siehst du da plötzlich irgendwie so einen langen Thrombus irgendwie und dann sagen die, hm okay, wenn die Person sich jetzt irgendwie eh nicht so gut fühlt, fährst du mal ein CT und plötzlich hat er eine beidseitige Lungenarterienembolie, also ist auch schon dabei gewesen und auch schon mal so, dass jemand anderes den wahrscheinlich nach Hause geschickt hätte, wenn der Oberarzt nicht gesagt hätte, ey nee, wir machen da mal jetzt lieber nochmal ein CT. Krass. Also das ist, das ist schon, das ist schon krass so, also ja. Du bist jetzt, wenn ich mich, wenn ich jetzt richtig im Kopf das habe, jetzt die dritte Woche jetzt da gewesen, Genau, nächste Woche wäre theoretisch die letzte Woche. Was heißt wäre theoretisch? Ich werde, ich werde, ich werde mal versuchen, ob ich das verlängern kann, also, ja. würde, würde mir persönlich schmecken, weil ich das Gefühl habe, dass da einfach der größte Lernzuwachs momentan da ist. Ja. Und ich bin zwar natürlich, also ich bin so lange wie sonst nie eigentlich da, aber ich merke halt einfach, die Zeit geht um. Ne, ehe ich mich versehe, bist du plötzlich bei 13 Uhr und dann, keine Ahnung, sind es ja noch drei schon quasi. Ich bin auch schon öfter mal länger da gewesen. Und das ist okay. Es ist wirklich okay dann in dem Moment, ne. Deswegen, ja. Ja, also Chris zeigt sich so ein bisschen, dass, also die Notfallgeschichte bestätigt sich so ein bisschen zumindest, man hattest du im Studium ja auch schon so, dass dir das ja Bock gemacht hat. Ja. Aber bestätigt sich so ein bisschen, dass dir das ja auch zum einen vielleicht auch liegt, aber auch einfach, weil du da ein Interesse für hast. Ja, ob mir das jetzt liegt oder ob ich das jetzt besonders gut mache, das kann man natürlich schwierig sagen. Aber du hast ein Interesse dafür. Ja, genau. Ich glaube immer, wenn man ein starkes Interesse für was hat, dann ist man automatisch auch ein bisschen besser drin, weil man sich da ganz gedanklich ganz anders mit beschäftigt. Ja, so. Also ich, ich, ich frage auch immer wieder nach Kritik und so, ne. So ist es nicht, aber ist natürlich immer, es gibt immer Leute, die sind besser als man selbst und so. Aber ich habe einfach, ich habe einfach aufgehört, versucht an der Stelle mal so eine kleine, auch ein Thema, fünf Jahre Medizinstudium, Weiterentwicklung. Ich habe wirklich versucht aufgehört, zu versuchen, mich zu vergleichen, sondern immer nur zu überlegen, wenn ich jetzt hier bin, was kann ich am meisten rausnehmen? Es geht nicht darum, besser als andere zu sein, sondern es geht quasi, und das klingt jetzt so richtig, so richtig cheesy, NBA glow up story, aber es geht eigentlich, eigentlich muss man doch sagen, es geht darum, am Ende des Tages mit mehr Wissen rauszugehen, als am Anfang reingegangen zu sein. Und wenn es nur eine Sache ist, die du an dem Tag gelernt hast, dann weißt du, am Ende des Tages mehr als am Anfang. Und darum geht es eigentlich. Das klingt so banal, aber eigentlich ist es genau das, ne. Du lernst halt immer mehr. Ja, ist auch, ist auch das, witzigerweise, mit dem Bogen so zu mir zu schließen, so kurz, also, dass ich das mir auch genau denke, so egal, wie mein Stand jetzt gerade ist, so, ich habe ja gesagt, so, ich habe so ein bisschen, weiß ich zu wenig, bin ich nicht gut, keine Ahnung, es ist jetzt irgendwo egal, ich kann jetzt dann aus dem, was ich jetzt habe, halt mehr machen. Genau. Oder ich kann, ich kann jetzt, ich sage mal, einfach mehr lernen. So, und ob das dann halt, ich sage mal, andere, weiß ich nicht, weiter oben anfangen oder weiter unter mir oder also jetzt vom Wissensstand, ist halt eigentlich völlig irrelevant. Es ist für mich persönlich irrelevant, so, wo andere stehen, sondern es geht darum, wo ich stehe und was kann ich aus der Zeit halt quasi weiter mitnehmen, weiter lernen. So, geht genau in die gleiche Richtung. Ja, genau, also das definitiv und ja, deswegen, das macht die Notaufnahmezeit für mich eigentlich so, ja, so spaßig und du arbeitest ja dann auch immer noch mit Assistenzärzten, die rotieren halt zusammen und die sind halt auch alle nett, ne, mit denen komme ich auch gut klar, das ist einfach ein sehr angenehmes Verhältnis, auch wenn es mal stressig wird, sind die Leute halt zu dir zumindest eigentlich immer nett, ne, und das ist das Wichtigste eigentlich, ne, dass du halt gerne hingehst, ne, genau, 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 und alles darüber hinaus zeigt sich dann, ne, und es ist halt einfach cool, wenn man zum Beispiel letztens hatte, hatte ich einen Patienten, das sind halt, wie gesagt, das muss man immer so ein bisschen im Verhältnis sehen, für manche Leute, die das jetzt hören werden, sagen, ja, okay, mein Gott, aber da sind wir wieder bei den Punkten, man lernt besser, ich kann keinen guten Abdomen-Sono, aber ich hatte letztens einen Patienten, den habe ich untersucht, den habe ich angehört und den dachte, da habe ich, der hatte so ein bisschen, der kam Verdacht kardiale Dekompensation, den habe ich angehört, den habe ich auskultiert in der Lunge und habe es rechts basal bisschen leiser gehört, so, und habe dann aber auch den Bauch angeguckt und so und habe mich gewundert, der wirkte so ein bisschen, ja, so, wirkte nach Aszitis halt, ne, wobei, wo ich auch immer sage, ich finde es manchmal gar nicht so schwer, bei gerade gestandeneren Männern, sage ich mal, dieses ganze Bauchfettgewebe von einem Aszitis, so, wenn man das nicht tagtäglich sieht, so, ne, na ja, wie auch immer, dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, bevor, ne, Röntgen wird ja eh gemacht, nimmst du einfach mal einen Schallkopf, ne, und habe dem da halt einfach mal versucht, die Pleura zu scheinen und da konntest du dann halt zwischen Leber und Lunge quasi an dem, oder an der Stelle halt ordentlich Pleura-Guss sehen, so, ne, oder, und dann halt Aszitis halt auch, natürlich war das mit Sicherheit nicht die beste Einstellung und sowas, aber es ist einfach gefühlt, so ein bisschen so ein Erfolgserlebnis mittlerweile, einen klinischen Befund zu erheben, rein durch die körperliche Untersuchung und den zumindest so ein bisschen validieren zu können und dann sehen, ey, das ist wirklich da, so, das passt schon, was ich sage, ne, das ist einfach irgendwie, das ist irgendwie cool, ein Kumpel hat mir mal erzählt, der ist mittlerweile in seinem zweiten Assistenzarzt, ja, aber der war auch im, du weißt ja, der war im PJ auch in der Notaufnahme und was ihm halt, also ihm hat das auch sehr gut gefallen und meinte auch, empfiehlt er mir auf jeden Fall irgendwie, wenn ich da reinkommen kann, das irgendwie zu machen, weil was ihn halt so begeistert hat, was er in der Notfallmedizin so cool findet oder was er da so spannend findet, ist, er sagt immer, da wird halt so richtig, da wird halt noch wirklich Diagnose betrieben, wenn du auf Station bist, kommen die Patienten oder Patientinnen meistens mit einer Diagnose, aber du suchst nicht mehr wirklich danach, sondern, wie gesagt, Patient, Patientin kommt halt mit, sagen wir mal, exerzibierte COPD, so kommen die auf Station und dann leitest du halt alles weitere ein, natürlich, du bist dann die Person, die die behandelt, aber in der Notaufnahme bist du die Person, die halt Diagnose stellt, was halt sehr spannend sein kann, weil du eben nicht weißt, was da gerade auf dich zukommt, ob der jetzt, wie du halt sagst, ein Aszitis hat oder was auch immer, sondern wenn dieser Patient jetzt auf die Station kommt, weil er stationär behandelt werden muss, weiß man auf Station was ist, weil die Diagnose schon betrieben wurde, aber du bist halt in der Notaufnahme schon nochmal ein bisschen so der Detektiv, der guckt, okay, was ist denn jetzt ja eigentlich tatsächlich los? Hatten zum Beispiel letztens auch einen, um vielleicht mal nochmal eine Story zu erzählen, ist ja vielleicht ganz interessant, kann auch beide abschließen, so ist es nicht, aber zum Thema, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber AV-Blöcke waren für mich irgendwie immer so ein bisschen so ein kleiner Endgegner, oder alles Kardiologische ist für mich ein Endgegner. Ja, also ich meine, ich finde, es ist immer die eine Sache, man weiß, was ein AV-Block 1, 2, 2, 2, 2, 3 und so ist, klar weiß man, das, ja doch, weiß man schon, nein, nein, also das weiß man, wenn man das zweite Staatsexamen gemacht hat, weiß man das schon ungefähr, ne, ja, ja, ich verstehe, dass man mit 2 A und B immer durcheinander kommt oder so, ne, das schon, aber wenn man jetzt sagt, Wenkebach oder Mobitz oder so, oder du weißt zumindest, dass es zwei AV-Blöcke 2. Grades gibt, so das weiß man ja schon. Ist Mobitz eigentlich nicht auch wieder so ein Name, aber weiß ich jetzt nicht, war das nicht so, dass das Café, was in Magdeburg war, ist das nicht deswegen auch unbenannt worden? Ich weiß es nicht, ist egal. Da holst du mich jetzt aus einem ganz anderen, äh, ja, ist auch wurscht, will ich jetzt auch nicht, da bin ich jetzt auch, da habe ich zu starkes Halbwissen. Ja, wollte gerade sagen, ich meine, es gibt vielleicht auch ein paar Menschen mehr, die Mobitz heißen, aber ist ja egal. ja, vielleicht. Es ist ja wurscht so, ne, so, und, ähm, da hat man jetzt zum Beispiel letztens einen Patienten, der wurde angekündigt, aus der hausärztlichen Praxis, wurde er mit einem RTW oder Notarzt halt rübergebracht, ähm, der wohl irgendwie gewechselt haben soll zwischen AV-Blöcken. Okay. Das war ganz crazy, ne, und dann hat man, das geht, aber okay. Ich auch nicht, aber irgendwie warst du dann da, äh, in so einem EKG, und dann wurde der geschrieben, und irgendwie haben wir uns das angeguckt, und das sah teilweise wirklich so aus, ne, dann hatte der, der hatte, oder ich habe es mir dann angeguckt, und kam relativ schnell auf, äh, das sieht aus wie so eine Wenkebach-Periodik, der wird länger, 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 fällt aus, und plötzlich auf der zweiten Seite, muss er überlegen, die, die Extremitäten werden ja geschrieben, und dann kommt die Vorderwand. Das heißt, das sind ja quasi nicht zwangsläufig, also, ne, das wird ja nacheinander geschrieben, das ist ja nicht immer genau der gleiche Herzschlag, und dann sah das fast so aus, als wenn der dann plötzlich, als dann die Vorderwand geschrieben wurde, in einem 2, in einer 2 zu 1 Überleitung war, also dann plötzlich in einem Mobitz drin. Das war so ein ganz wildes EKG, wo ich, ne, so, aber was ich eigentlich damit sagen wollte ist, das ist natürlich eine Geschichte, der war dann teilweise auch kurz im, im, im dritten, ne, also, der, der brauchte einen Schrittmacher, so, und das sind dann plötzlich so diese Momente, wo ich dann aber auch wieder merke, wo auf jeden Fall meine Limitationen sind, ne, weil, ganz ehrlich, ne, klar, der geht hoch, und der kriegt Zeiten an den Schrittmacher, das ist logisch, ne, und der wird vielleicht auch, ähm, ja, noch ein bisschen mehr Diagnostik und so brauchen, aber, das sind dann schon wieder andere Fälle, ne, an sich zu sehen, oder zumindest trotzdem an so einem EKG, so einem AV-Block zu erkennen, klar, wie wir wussten, der kommt, aber auch zu sagen, okay, das ist der, das ist der, das ist der, da bin ich jetzt langsam ein bisschen besser, ich kriege so ein bisschen, so ganz, ganz ansatzweise so ein Gefühl, aber man merkt dann doch auch wieder ganz schnell, ähm, dass da die, also, da, da, da hört es irgendwann auch schnell auf, wo ich sage, so, boah, das wäre mir jetzt, glaube ich, einen Tacken zu viel, ne, ähm, das würde ich mich jetzt nicht trauen, daran zu machen, soll ich auch nicht, ne, klar, logisch, aber das ist ja auch, wie gesagt, das ist auch völlig okay, also du bist jetzt seit drei Wochen da, hast schon viele Fortschritte gemacht und ich sage mal, die, ähm, so eine speziellen Sachen, die würdest ja vielleicht dann hinter, ich meine, die hast du jetzt mal gesehen und du weißt, okay, es gibt sowas, das ist ja das, was du ja auch schon häufiger jetzt so gesagt hast, wie viel über Erfahrung halt auch einfach kommt, ne, hundertprozentig, du hast die Erfahrung einfach noch nicht wirklich viel gemacht und wenn du dann jetzt, sagen wir mal, jetzt mal hypothetisch angenommen, du bist Assistenzarzt, äh, du rotierst in welcher Facharztrichtung auch immer, ähm, in die Notaufnahme für ein halbes Jahr, äh, du bist jetzt drei Wochen da, ich finde das dann krass, wenn man sich halt vorstellt, was ist dann, wenn du da dann halt ein halbes Jahr rein rotierst, das sind ja, glaube ich, immer so sechs Monate, meine ich, ne, ähm, glaube, ja, ich glaube schon, ja, was nimmt man dann noch viel mehr mit, weil du bist dann eh schon auf einem höheren Wissensstand, äh, du bist vielleicht auch ein bisschen souveräner, du wirst, gut, noch stärker eingebunden, weiß ich gar nicht, ob das jetzt so, aber, ne, sagen wir mal, du wirst noch stärker eingebunden, wie ist dann so die, die, die Lernkurve, wie geht die dann noch weiter, so, was ist dann nach dem, nach dem halben Jahr, bist du ja immer noch kein, kein, kein ausgebildeter Notarzt, kann man, also, da gibt's, da geht's ja immer noch weiter nach oben, wie du schon gesagt hast, es gibt immer jemanden, der mehr weiß, ähm, nur ich finde es einfach so, natürlich hast du immer Limitierungen, jetzt gerade so in dem, in dem, in dem Stadion, mit dem du jetzt bist, äh, aber ich finde es einfach nur so, nur krass, so, was, was kannst du dann halt einfach noch alles lernen, oder wo wirst du sein, ähm, wenn man dann in seiner Assistenzarztzeit ist, im ersten, zweiten, dritten, vierten Jahr, oder dann hinterher sagt, pass auf, ich bleib jetzt hier in der Notaufnahme, da ist dann immer, weiß ich nicht, wenn du dann auch erzählst von, von, von Oberärzten, Oberärztinnen, die schon seit Jahren einfach da arbeiten, so, natürlich sind die super souverän und wissen super viel, aber die machen das auch schon seit Ewigkeiten so, und da finde ich einfach krass, so was, du, es ist halt ja so ein Stück weit auch das Faszinierende an der Medizin, es ist nicht so, dass du irgendwann alles weißt und dann ist das Ding gedeckelt und naja gut, jetzt kann kommen, was will, sondern du entwickelst dich ja immer irgendwo weiter, du erfährst immer was Neues, es ist gerade in der Notaufnahme kein Tag gleich, es hört sich immer so cheesy an, aber es ist ja so. Ja, ja, und vor allem, ne, diese ganzen Auswirkungen, deswegen sind wir ja Menschen, ne, weil jeder halt individuell ist und sich Symptome auch unterschiedlich zeigen. Ein letztes Beispiel vielleicht, um auch nochmal, zu sagen, was viel über Erfahrung geht und wo ich einfach sage, okay, es klingt banal, aber da war ich ja fast schon bei einem kleinen Harnwegsinfekt überfordert, ne, also was heißt, klingt so dumm, ne, weil, um es mal zu zeigen, ne, ein Harnwegsinfekt zeigt sich nicht nur über die, äh, also es ist halt einfach eine utopische Vorstellung zu sagen, dass ein Patient oder eine Patientin ankommt und sagt, ich habe Schmerzen beim Wasserlassen, das brennt da und, ähm, ich habe letztens drei Stunden auf kalten Pflaster gesessen oder so, ne, das ist ja nicht die normale Form, ich hatte einen Patienten, beziehungsweise eine Patientin, die kam an und, ähm, hatte mir eigentlich von rechtzeitigem Oberbauchschmerzen berichtet, bei bekannten Gallensteinen, so, da denkst du natürlich vielleicht an erstmal was anderem, so, und dann sagte sie, die ziehen auch irgendwie in den Rücken, aber beidseits, okay, so, und dann denkst du schon mal, okay, zieht in den Rücken beidseits, okay, vielleicht Epika, gastrisch, Alkoholkonsum in der Vorgeschichte, differenzialdiagnostisch vielleicht Pankreatitis akut, ne, kann ja auch mal sein, weiß man nicht, habe so ein bisschen versucht, die weiteren Schmerzen abzunehmen, ja, haben sie denn sonst Probleme, man fragt ja vegetative Anamnese ab und so, ja, ich habe so ein Druckgefühl auf der Blase und eigentlich tut mir auch alles so weh, ja, und auch im Rücken und plötzlich bist du bei so einem ganz diffusen Bild, machst einen Ultraschall, siehst bestimmt, hast du wirklich fünf, sechs, habe sogar ich geschafft zu schallen, fünf, sechs dicke Gallensteine, die, 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 die Gallenblasenwand war aber irgendwie nicht dreigeschichtet, verdickt, keine, keine Flüssigkeit oder irgendwas, also jetzt keine akuten Entzündungszeichen, Murphy-Zeichen negativ, ne, so, und, äh, dann gehst du halt zum, zum, zum Besprechen, in dem Fall war es der Chefarzt, gucken uns das Labor an, die hat auch Urin gegeben und dann siehst du, die hat halt eine fette Leukocytose, ein bisschen CRP und halt, äh, die hatte halt, einen Harnwegseinfekt im Urin, so, und am Ende kam raus, wahrscheinlich, ich habe natürlich noch Anamnese gemacht, will ich euch jetzt alles ersparen, aber wahrscheinlich hatte die einfach, in Anführungsstrichen, einen Harnwegseinfekt, der schon am Aufsteigen war und deswegen eigentlich nicht über den rechten Bauch, sondern eben in, in, in Lokalisation der Nieren, über die, ne, schon Richtung Nieren gezogen hat, so, und richtig drauf gekommen bin ich am Ende, um ehrlich zu sein, durch ihn oder weil wir uns halt den Urin angeguckt haben, aber du bist halt gepolt, wenn das erste Symptom, was sie beschreibt, ist oben rechts im Oberbauch, du, ich war total auf diese Gallenblase gepolt und da, da bin ich, das wollte ich einfach nur sagen, das ist halt wieder diese, diese Erfahrungsschatz, dieses, du denkst trotzdem immer noch mal an, an den Harnblaseninfekt und so weiter und so fort und, äh, natürlich kann auch, da ist da so dieses, sorry, dass ich unterbreche, aber diese, 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 eine Tabelle, die man irgendwann mal bekommen hat, die so komplett unübersichtlich war, so von wegen Bauchschmerz, was kann es alles sein, ist dann auf einmal doch nicht so leicht einzukategorisieren, in Oberbauchschmerz ist eher das und rechter Oberbauch dies und das, weißt du, das hat man ja immer so in Lehrbüchern, sieht man ja, rechter Oberbauchschmerz könnte, so, ne, aber, ja, kann man, muss man vielleicht dann doch auch ein bisschen von abweichen, so, ne. Dann kam noch dazu, ne, in der Vorgeschichte bereits Endometriumkarzinom, ja, das heißt, die hatte bereits auch gynäkologische OPs, ne, gar nicht so lange her, also, was ich damit nur meine, ist, dieses Bild eines Patienten oder einer Patientin ist, obwohl manchmal vielleicht was harmlos dahinter steckt, man kann natürlich auch sagen, vielleicht hatte die auch beides, vielleicht hatte die auch schon beginnend jetzt irgendwas an der Geimblase, wurde dann auch gesagt, die muss wieder vorstellig werden, wenn das da oben nicht besser wird, aber, was ich nur damit meine, jetzt ist, es ist nicht immer so einfach und da kommt dann dieser Moment der, der, der Erfahrung mit dazu und da finde ich immer, das hat letztens jemand zu mir gesagt und das ist total passend, eigentlich ist das Gehirn auch in der Medizin, musst du eigentlich trainieren wie eine KI, du musst das einfach mit ganz vielen Befunden, auch EKG, tausende EKGs sehen und befunden, weil du irgendwann diese Schemen wiedererkennst und dir daraus den reinbringen kannst und aus deiner Datenbank einfach abgleichst, die du in deinem Gehirn hast, also eigentlich ist es eine KI, so, ne, ist es, Machine Learning, das ist eigentlich total faszinierend, ne, das ist, ja, wollte ich nur mal gesagt haben, aber das reicht ja jetzt vielleicht auch für heute, also, ja, es macht mir Spaß in der Notaufnahme, ist gut. Man merkt es ja an und das ist auch cool und das freut mich auch sehr für dich, dass dir das, dass dir das so gefällt, kriege ich, also ich merke das ja auch so, dass du da ja Bock drauf hast und dass das halt schon irgendwie eine Sache ist, die, zumindest in der Überlegung für später, für deinen Facharzt, welche Ausbildung du machst, dass, ich sag mal, die, die, die Notfallmedizin, ob man da jetzt immer bleiben möchte, das weiß man ja nicht, das muss man dann gucken, der Facharztausbildung ist und dass man sich die, die Möglichkeit offen lässt, vielleicht auch in diese Richtung reinzusliden oder zumindest ein paar Jahre oder wie auch immer, dass du jetzt zumindest, sagen wir mal, nicht Hausarzt wirst, in der man da vielleicht eher wenig Kontakt oder wenig Berührungspunkte mit hat, mit der Notfallmedizin. Ja, zumindest erst nicht. Zumindest erst nicht, ja. Ja, gut, aber dann haben wir doch einen ganz guten Abschluss gefunden. Klar, nochmal ganz kurz zum Disclaim als allerletztes, es gibt natürlich auch Tage, wo ich mir auch denke, boah, bitte, let me go so, ne, also, ähm, set me free so, klar, Gerade, wenn man vielleicht kein Urban verdient, denkt man sich so, komm, lass mich doch einfach gehen, was soll ich denn jetzt hier, ich verdiene doch eh nix. Ja, wollte ich nur nochmal zur Transparenz einmal sagen, man, es gibt auch mal Tage, da kommst du nach Hause und sagst, boah, irgendwie war heute nicht geil, das war irgendwie heute nicht geil, das muss man fairerweise auch immer dazu sagen. Ja, das glaube ich, bleibt nie aus, ich glaube egal, wo man, in welchem, ich glaube niemand wird, auch wenn du berufstätig bist, kommst du nicht jeden Tag nach Hause und sagst, boah, Hammer Tag heute gewesen. Das ist ja auch ganz klar, genau. Ja, man hat ja auch selber mal bessere und schlechtere Tage. Richtig. Muss ja nicht immer nur an der, an der Klinik oder an dem Tag liegen oder so, es kann ja einfach mal sein, dass man selber einfach mal irgendwie, nicht so eine Böge hat, vielleicht ein kleines Zipperlein hat oder irgendwas. Ganz klar, ganz klar, absolut. Danke, dass du so offen bist, Justin, das ist, finde ich gut. Für euch doch bitte immer. Ja, wir sind ja unter uns, ne? In der Küche, ne? In der Küche. Ja, ja, wir sind in der Küche. Na gut, Lukas, es hat Spaß gemacht heute, cooler Medi-Fact. Ich glaube, wir haben nur eine ganz gute Mischung einbekommen und ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge mit den Medis, ne? Ich freue mich da, freue mich da auch sehr drauf, so lange, es ist ja auch nicht mehr bis zu den Medi-Meisterschaften. dann in, ja mal, mein Pjot werde ich dir berichten, aber für euch alle da draußen in zwei Wochen ungefähr und damit würde ich sagen, schließe ich den Podcast. Bis zum nächsten Mal.